Musik 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 So Keine Ahnung wie will ich da jetzt mitnehmen Wo sitzt der Frosch? Ich hab schon wieder einen Frosch gehört Musik Ich seh die nicht, ich seh die nicht, ich seh die nicht Wieso seh ich die nicht? Ach hier Weiß nicht ob mir das was bringt oder ob ich die überhaupt töten darf oder überhaupt töten soll Weiß ich nicht Musik Oder ob die unter Tierschutz stehen oder Keine Ahnung Musik So wie viel hab ich denn? Ja Bisschen geht noch Musik So erstmal vor Skelett hinstellen und das Schwert auswählen Musik Was lustig ist Boom Alles ist weg Jetzt überlegen wir mal Was ich daheim Also ich möchte gern noch Ach Fug Ich schreib mir das jetzt unbedingt auf wenn ich das jetzt diese Session nicht schaff Und zwar dass ich Ähm Dass ich dieses Feld anbaue mit diesen Sträuchern da Weil damit können wir natürlich auch Ähm Essen farmen und alles Weitere Das muss ich mir unbedingt aufschreiben wenn ich das jetzt nicht schaff Mein Gott Ich schreib mir auch nie was auf Ich schreib mir auch nie was auf So wie bleiben wir jetzt? Ja gut zwei gehen noch Äh ja Also zwei gehen noch So So Und so Und so Naja Wunderbar das Verst... Lol Rename your Backpack Was? Ne Das ist jetzt voll Die sind ja auch noch Die sind ja auch noch Die sind ja auch noch halb voll Ja okay man möchte mal das andere voll So Ähm Und dann guck ich noch mal kurz auf die Map Denn wir wollen ja hier auch mal mal wieder was Neues entdecken Ich will einfach mal sagen dass ich dann in die Richtung hier Weiter gehe Einfach mal So Viel Spaß Oh was da hinten Lol Ein Mammut Ein Mammut Ein Mammut Da ein durchlöcherte Zürm Tuschen Alter Okay wir sind ja auch ziemlich hoch Sehe ich gerade Was ist denn das da unten? Juuu Die Riesenviech habe ich ja noch nie gesehen Ich weiß nicht das Tannenholz das sieht irgendwie cool aus Ich nehme jetzt einfach mal nochmal was mit So jetzt habe ich Ja gut ein Baum können wir noch fällen Den Den fällen wir auch noch Weil es uns Spaß macht Wow 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 Es gibt wahrscheinlich auch noch eine Cracket Knight Axt Ich weiß es nicht aber ich denke dass es die Die dass die dann ziemlich lang Die Löhne Ja Das die dann ziemlich lang hält So 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 Was gibt's denn hier alles so schönes Guck mal auf die Map Hm Da oben hätten wir noch was Ich glaube da gehe ich mal kurz hin Wow das sieht ja auch cool aus Das ist einfach so eine Schnee Landschaft halt ist es hier Okay was ist denn das? Oh oh Das habe ich glaube auch schon gesehen hier Und zwar ist das eine Falle Passt auf Doch nicht Okay den Elektrix darf denn behalte ich doch lieber mal damit ich rausfliegen kann Hä? Was ist das dann? Was ist das dann? Da ist nichts Okay Das war aber so ähnlich und das war megamäßig die Falle Also Da War halt Na shit Aha Aha Siehste Und wenn ich jetzt da wahrscheinlich Na Leute das hebt einfach so Wow was ist denn das? Ach das ist das es gegenseitig hebt Okay 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 das war jetzt nicht so gut Okay okay Also wie ich recht hatte das war eine Falle Oh Gott Und zwar eine mordsmäßige Falle Und zwar eine mordsmäßige Falle Das sind ja auch noch Spawner Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße So einfach mal reinhalten Die bekämpft sich gegenseitig Die da unten mach ich mal weg Sooo Da waren doch Da waren doch so scheiß So scheiß, so scheiß Spawner Aber ich muss Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hallo darf ich hier mal raus bitte? Meine Güte Okay Nicht cool Überhaupt nicht cool Ich muss hier raus Ich muss was essen man So Die ich mir jetzt mal weg Und ich denke mal dass ich Dann hier erstmal die Spawner abbauen muss Und ich dann mal mein Schwert wiederhole Alter Was von Nächste Weg 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 Spawner Spawner Das war da drüber auch noch ein Skeleton Ja Meine Güte Hier sind doch Diamanten Ich weiß nicht ob das zufall ist oder Hat das gewollt ich dass da Diamanten sind? Ach du heilige da schon noch eine Höhle Ja Über sprink ServICA alles die